Sie sind hier, 24. Juli 2018, 13.48 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Jürgen Klopp verlor mit Liverpool das Finale der Champions League gegen Real Madrid, Urheberrecht Getty Images Liverpool Coach Jürgen Klopp steht zur Wahl als bester Trainer der Saison. Mit Stefan Lerch und Martina Vost-Häcklenburg sind zwei weitere Deutsche nominiert. Jürgen Klopp FC Liverpool bei den Männern und Stefan Lerch VfL Wolfsburg sowie die künftige Bundestrainerin Martina Vost-Häcklenburg bei den Frauenteams dürfen auf die Auszeichnung zum Welttrainer im Hoffen. Alle drei gehören den Kandidaten der jeweiligen Shortlist an, die der Weltverband FIFA am Dienstag veröffentlichte. Abstimmungsberechtigt sind zu jeweils 25% die Kapitäne und Trainer aller Nationalmannschaften in der FIFA, die Fans weltweit sowie mehr als 200 Medienvertreter. Die Wahlperiode dauert bis zum 10. August. Anschließend werden die Namen der drei Finalistinnen veröffentlicht, aus deren Kreis am 24. September bei einer Gala in London der Sieger gekürt wird. Klopp mit Liverpool im Finale der Champions League Klopp hatte die Reds in das Endspiel der Champions League geführt. Lerch die Wölfinnen in seinem ersten Jahr sofort zum Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Unter Vost-Häcklenburg gelangt der Schweiz souverän die Qualifikation zur EM-Endrunde. Das deutsche Trio hat allerdings namhafte Konkurrenz. Bei den Männer-Teams sind auf der elfköpfigen Shortlist neben den Franzosen Zinedine Zidane, Real Madrid und Didier Deschon, Frankreich, noch Massimiliano Allegri, Juventus Turin, Stanislav Ciacesso, Russland, Slatko Dalic, Kroatien, Pep Guardiola, Manchester City, Diego Simeone, Atletico Madrid, Roberto Martinez, Belgien, Gerrit Southgate, England und Ernesto Valverde, FC Barcelona aufgelistet. Favoriten bei den Frauen sind Reinelt, Pedros von Champions League, Sieder-Olympique Lyon sowie Sarina Wiegmann vom Europameister Niederlande. Zudem stehen MAHS FC Chelsea, Mark Parsons, Portland Fronts, Alen Steitschitsch, Australien, Asako Takakura, Japan, Wadau, Brasilien sowie Jorge Wilder, Spanien, zur Auswahl. Vielen Dank für's Zuschauen!